Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu No Place Like Home mit mir in den Kabinen und ja, was liegt heute an? Also eigentlich, ich hätte heute gerne so noch ein paar Felder gefunden, denn ich würde... Oh, Alter, ist das gewuchselt. Hier ist alles fertig. Ist das krass? Der hat Kürbis gefunden. Das kleine Fifi... Was ist denn hier los? Ja, also heute haben wir eigentlich vor, eventuell noch ein, zwei Felder zu finden, denn ich würde gerne das Feld hier ein bisschen vergrößern, also das hintere da, wo die Tomaten drin sind. Das liegt natürlich daran, was wir finden. Also ich hoffe, dass das klappen tut und wir werden wahrscheinlich ein bisschen hier rumgucken, weil vor ein paar Sekunden kam gerade ein Update. Hey, das ist so frisch, da stehen noch nicht mal die Patch-Notes drinne. Ich weiß, also ich kann bloß sagen, dass das 120 MB groß ist, aber nicht was das innen behalten tut, also innen hat. Ja, wir werden das rausfinden. Also wir werden wahrscheinlich... Ich hoffe, dass wir ein paar neue Rezepte kriegen. Alter, vielleicht sind ja so, ja, Rezepte, dass wir uns die Felder selbst bauen können. Das wäre schön, aber ich glaube, das wäre zu einfach, ne? Ich glaube, das wäre zu einfach. Aber, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, dann werden wir mal hier schon ein paar Tartoffeln rinschmeißen, weil, wie gesagt, nimmt alles ab. Au, seike. So, darin, darin, darin. So, ich habe so ja noch Kürbisse auf der Tasche. Ich kann ja gleich mal ein paar Seeds herstellen. Na, hier zieht es ja. So, du hast natürlich Schrotte, ja, ist ja klar. Machst du jetzt den Hund nach, oder was? Naja, hier stehst du auch richtig. So, ey, Trüffel. Trüffeline. Ist es voll? Tatsache. Natürlich ist es voll. So, na gut. Ich schmeiß jetzt einfach. Ja, obwohl, das ist eigentlich Blödsinn. Okay. Gut, war jetzt dumm. Fidelbum. Weil? Äh, Problem. Ich glaube, ich hätte die Kürbisse jetzt gebrauchen können. Naja. Denn eben halt beim nächsten Mal. Ist ja nicht so wild. Warte, die wollen alle bloß gestreichelt werden? Ihr seid mir die liebsten Trüffelschweine. Und du Ohren. Wann denn hier los? Twerken, oder was? Wack, wack, wack. So, gut. Jetzt haben wir hier einen kleinen Stau. Auf der A3. Macht das der Michael Jackson, oder was? Schon erschöpft. Ist ja wie Icke. Zwei Meter gelaufen. Ne, natürlich nicht, aber... Hallo, ich muss da durch. Wisst ihr was? Ist mir egal. Ich hab mehrere Wehe, die nach Rom fühlen. Ist mir doch egal, ihr Schweine. Macht da was da bald. Der hat auch Schrott. Gut. Zwei verschiedene Sorten von Schrott. Gut. Ist aber nicht so schlimm. So, du willst Nassi macht werden. Du Och. Äh, Du Och. Was ist denn heute hier los? Die sind ja alle... so minimal. Außer jetzt die Kartoffeln. Ich hab natürlich alle verbraucht, wa? Die sind ja heute so leicht zufriedenzustellen. Dit ist aber schön. So, Honig haben wir auch. Also, ihr könnt mir so ja noch eine Trüffelsau besorgen. Ja, komm, hier. Heute mal. Ja, also, äh, wie gesagt. Ich hab keine Ahnung. Also, was Update angehen tut. Wie gesagt, ich hab gerade erst den PC angemacht. Update, gleich musst du aufnehmen. Naja, gut. Also, wir will ihn mal kurz runterführen. Hätten sie ja wenigstens machen können, dass das hier runterrutschen wird. Aber kann ich... Es funktioniert. Ich kann runtersaugen. Wat für ne krasse Kacke. Gut, jetzt kann ich dit aber nie einsammeln. Ich weiß nie, wieso. Ach. Oder? Hallo. Jetzt hat dat. Moment mal. Normalerweise macht er dit doch automatisch. Haut doch mal ab. Alter. Ich hasse dit. Ich hasse. Ich hasse. Ich hasse dit. So. Da, Trüffelsau. Ich krieg dich. Wat war denn hier grad los? Wolltest du gerade... Du bist ja ein Ferkel. Naja, ist noch nicht mal gelogen. Jetzt aber durch. Ha. Ich hab's geschafft. Ich hab's ausgetrinkt. Tricks. Links hier blinkt und rechts... Ne, also... Rechts hier blinkt und links, äh, langgefahren. So. So. Ich habe Trüffel. Sag mal, Trüffel sind doch sauteuer. Bin ich jetzt reich? So. Also. Äh, uns fehlt noch hier dit. Dit haben wir. Wir haben eigentlich alles. Ne, wir haben hier, äh... Diese Verarbeitungsteile haben wir noch nicht auf Stufe 3. Aber wir sehen ja, da würde uns dann auch Kürbis fehlen. Ich glaub, wir müssen nochmal Kürbis pflanzen. So. Hier sind wir fertig. Ey, wir haben alles gemacht. Na, schade, dass sie hier keine Felder hinzugefügt haben. Schade, schade. Vor allen Dingen, was solltet ihr hier? Einen Ofen. Da ist aber noch keine Textur. Ihr wisst ja, warte, schade, schade. Ich guff den. Wat kostet die Welt? So, ik will den Ofen sehen. Wo is'n der? Ik seh den nicht. Dit is'n ganz spezieller. Der is'n fast nicht zu sehen. Ach, danke für den Tipp nochmal, ne? Äh, äh, an... Hey! You're missing here! Come on! Wow! Wow! Stop it! Wow! Hey! This might be a good look for me. Emilia, ich glaub Emilia, die mir den Tipp gegeben hat, also die Kisten sind doch nicht umsonst. Äh, man könnte, wenn man wollte, drauf kommen, dass ich die hier vorsetzen kann. So, zack. Und kann denn hier so lang laufen. Krasse Scheiße. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Wahnsinn. Und ik hoffe, dass wir noch den Einen Schumpen finden. Wie ihr sagt, ik hab jetzt auch nochmal nachgeschaut. Ik hab da nichts gefunden. Keine Ahnung. Ik glaub, dit is'n eher verpackt. Sag mal, ist dit da? Ne. Es fehlt immer noch jeden Baum. Und ik weiss nicht, wo der is. Hm. Wie da hinten ist noch ein Seed? Ach komm, ich swat. Augen zu und durch. Siehst du, so funktioniert dit. So funktioniert dit in Leben. Ne lange schnacken machen. So, aber hier ist doch ja nichts. Augen zu und durch. Ha. Willa, ausgetrickst. Warte mal, ik sauchte. Ey, sag mal. Ey, du Mistkröte. Hallo, ik will dich retten, tetten. Weißt du wat? Der lebt doch mit deinem Müll. Mann, 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 Mann. Ik versteh die nie. So. Ik hätte mal mit nem Lerninventar losgehen sollen, wa? Pfff. Der hätte uns gefallen können, helfen tun. Jetzt kann ich immer mehr einsaugen. Okay, ein bisschen. Gut, wir müssen nochmal zurück. Hilft dir alles nischt. So, wo war jetzt die Abkürzung? Da. Da muss ich hin. Ne, da. Hier, da. Hier, da, wo? Ja, okay. Vielleicht brauchen wir ja nicht, weil es wird nämlich schon wieder Nacht. Wie gesagt, also, das geht mir nie aus dem Kopf. Wo ist der Kackbaum? Ik seh hier auch nischt. Wie gesagt, wir haben alles, wat kacke war, haben wir weggemacht. Also, ich sag mal jetzt einfach, um die Sache zu entgehen. Dit is'n Buck. Da, dit da, dafür kann ich nischt. Dit is'n Buck. Dit is'n Buck. Dit is'n. Hier, genauso wie dit da. Da. Ja, jetzt ist sauber. Da machen wir auch nochmal schnell sauber. Also, wenigstens ein bisschen aufführen. Ein bisschen anlockern. So, jetzt. Gut. Ich hab schon gedacht, ich bin schon wieder hier verkehrt. So, abgekürzt. Gut, dit hätten wir auch gleich machen können. Das ist... Moment mal. Saldig. Saldig nicht. Ik wil die ja abbauen, aber ik brauch her Kürbis. Wisst ihr, wat ik jetzt mache? Extrem Kürbis. Sn. Sn, sn. So, aber ik hab hier ook een platz, wat ik hier jetzt... ...hab gespritzt. Die Kiste is schonmal voll und die wird ook nicht mehr lange halten. Also, mir fehlt dit een bissl. Okay, ik wisst, wie je sagt, is ja kein Survival-Spiel. Is ja ein Farming-Spiel. Aber so, dass man verschiedene Kisten bauen kann. Ik bräuchte... Jetzt, Mädel, hör doch mal damit. Ik bräuchte ne größere Kiste. Wat Loot anjehn doet. Dit wär... Dit könnte mir durchaus gefallen. So, warte mal. Ich schmeiß dit maar hier ook in. Ik glaub, ik hab geen platz meer voor Kürbisse. Und für... Also, äh... Kürbisse schon, aber für... Fürsiche. Fürsiche is erst mal... Äh... Nö. So, Kürbisse da. Kommst du mal kurz runter. Dankeschön. Wat is met die los? Warum weigerst du dich? Hab ik nog welche? Nee, ik hab ja keine meer. Doch hier. Dit wat? Warum sind denn da Kartoffeln drinne? Ey, wat is met den Kartoffeln? Äh... Dit war allit. Dit heißt... Äh... Dit muss mal ganz den nächsten Mal, will er wat gemacht werden. In der Richtung. Schade mit den Feldern. Also, ik hätte jetzt gedacht, dass wir da noch 1, 2 Stück bekommen. Naja. Kannst nie allit haben. Ist im Teilt kein Wunschkonzert. Nö. Da machst du erst mal nischt. Hey, nein. Ik wollt die doch noch pflanzen. Und gießen. Gut. Dan wachsen sie zusammen. Hä? Achso. Ik hab jetzt gedacht, äh... Spielarsch, vorbei. Der Tag ist vorbei. Hä? Warum werd ik nie teleportiert? Hab ik mir grad so gedacht. Hm. Ik kann nog mal hier nass machen. Schade mit kicken. Spritze mal richtig. Ich hab's hier schafft. Hahaha. So. Gut. Na miti? Eine miti Katze. So. Jetzt ist er. Ente trennte. Was war denn dit grad für'n Bild? Achso. Sicht. Äh, Moment mal. Ik muss ja kurz mal... Alter, ik hab hier oben ja geen Platz meer. Ik hab doch wat gekocht. Passt auf. Und der ist auch in Wirklichkeit unsichtbar. Nee. Ik könnte den, aber ik habe geen Platz. Jetzt, Mädel, jetzt ist aber jut. Jetzt hör auf hier alt nass zu spritzen, Mensch. Da kriegst du doch ein Wasserschaden. Ik krieg dit ja auch nie hier rin. Aber dit ist doch so'n Wohnungsding. Also, für wat sollte ik ne Heizung draußen hinbauen? Jut, ik könnte die Klimaanlage abbauen. Dit könnte ik echt tun. Hallo, wau mi ist denn jetzt nie weg? Achso. Ik bau dit mal ab. Oh, dit funktioniert so ja. So, und dann versuch ik dit hier hinzusetzen. Nee, dit funktioniert nicht. Wat is denn dit für Mox? Wat soll ik denn mit ner Heizung draußen? Na dit is ja Blödsinn. Ik wies wat die will. Die will globale Erwärmung. So, warte mal. Wir stellen dit hier hinten in Ecke rin. Wat is denn dit für ein Blödsinn? Jut, vor allen Dingen, wenn man ein Faket rum aufbauen tut. Aber alle Dinge sind Hütte 3. Äh, ja. Alle guten Dinge sind 3, so. So. Jut, jetzt hab ik hier ne richtige Kochplatte. Kann die aber nie nutzen. Und hab ik hier so'n Schmelzding. Und da schmelz ik dit Essen ein. Jetzt ratet mal, wat verkehrt is. Aus meiner Sicht, natürlich. Hä? Achso, da. Ich wollt grad sagen. Wo ist denn der Brunnen hin? So, ist ja schön. Alles fertig. So muss dat sinnen. So und nicht anders. Ey, Thomas, komm runter. Ja, anders. Hallo. Schmilla-Kürbisse. Du bist ja ein krasser Dude. Ik mag ik jetzse schon. Wenn dit so weiter jen tut, also werden wir hier, äh, Kürbisse, Glück haben. Also. Hallo. Du entkommst mir nicht. Okay, muss da rumlofen. So ne Kacke. Und so langsam hab ik dit gefühlt, dass wir da die Schweinen da hingestellt haben, war nicht so ne Idee. Direkt bei den Eingang. Hm. Ik muss hier, ik muss, ik muss korrigiert werden. Da muss ik eben halt eens wie Tage länger warten. Dit jetz o ne. Warte mal, ik baue hier drei Reichen noch. So, warte, mit den Rest ja. Warum? Ik versteh dit nicht. Warum haut er gleich mal dit, wat dahinter ist, hochzuklump? Dit is doch nicht logisch. Ik visire dit hier an und der macht dit dahinter kaputt. Muss ik mehr Abstand halten? Gut. Mehr Abstand. Dit is dit Rezeptslösung. Flupp, flupp. So, hier ist, kann nischt passieren. Lobig. Ik sag mal lieber nischt. So, dit war zu. Fülle. Da stelle ik will er een hin. Ja, wat mach ik met den Rest? Hm. Die könnten eigentlich der Entsorgung dienen. Sollen müssen. Aber ik schmeiß die erst mal hierin. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal 20.000 Felder. Ik stell die denn da hinten hin. Ik wies nie, wat ik damit mache. Abgespritzt. So. Gießen. Heute in Gießen morgen in Bayern. Ik zie dit selbe. Ik wies dit niet. Böse Kabin. Dat hat grad gepasst in mijn kop. Ik wies dat er verschieden is. Ja. Genauso wie da Dortmund da essen. Dortmund dort essen. Ach ja. Gut. So, warte mal. Ik mach mal hier. Halt. Ik mach mal so. So is best. Ik bin so müde. So, so, so. Na komm. So, so, so. So. So, so. Vier Stück. Ik hab so jahne Kartoffeln. Auf der sieben. So, dat Feld is ook bestellt. Bestellt und nee, abgeholt. So, dat haben wir denn ook schon maar fertig. Ich muss aber wie gesagt halt erstmal wuchsen. So, dan holen we uns mal die Eier und den Honig. Ah. Vielleicht haben sie het angepasst mit dem Update. Dass du denn trotzdem ook wenn du maar nischt hast. Alter, jetzt reichte het hun. Dringe dir niet voor. Vielleicht haben sie het zo gemaakt. Ja, kom hier. Chris ne. Nee, Chris ne. was geen Kartoffel verdient. Und warum nicht da schon Willermö? Hab ik dat voel niet eh, eenie sammeld? Nee. Wahrscheinlich niet. Sonst wordt ja ja niet alleen. Na komm. So, wie gesagt. Also, uns fehlt noch een beetje Kürbis. Dan hebben we alles frei. Außer die Quest. Naja, ok. Een beetje doof gelaufen. Aber wat we gaan doen? So, Mieze. Mieze, ik brauch het ik eerst maar niet. Dit brauch ik ook niet. Eerst maar een beetje mayonaese kan ik haan. So. Dit kan ik eerst open wandelen. Äh, ik kan dit aber schon maar abbauen. Ik baue die alle biede ab. So, wie je saabt. Ik hab doch Kürbis in Tasche, mensch. Der steckt doch schon drinnen. In mir. So, dan werden wir dit nog aufbauen en dan hab ik toch alles. Also, rein theoretisch hätten wir dan fast alles. ik sag mal so, dit langsam zum Ende zu, ne, also, wat soll ik dazu noch sagen? Wat nu los? Ik hab keine Mayonnaise. Ja, nee! Jut, wir müssen den noch noch ein bisschen warten. Ein wenig, ab ik jetzt hab so ja noch ein bisschen Platz in Inventar. Dit haben wir doch letzt mal. mal. Warum ist net schon Villa da? Ik glub, ik hab nen Bug. Warte mal kurz, ik muss den mal kurz ausprobieren. Ist dit nicht dit gebäude? Nee. Ach! Hä? Warum dit de? Hm, stand doch alle da. warum hab ich jetzt auf immer so eine Schweine Statur? Hab ich irgendwas verpasst? Muss ich ja. Ich setze daneben. Oinky, oinky, oinky. Wann hab ich die gekriegt? Hey! Lass mir durch. Achso, ich muss ja trotzdem in die Richtung. Das hier ist ein bisschen blöd. Ey, das geht nicht. Ich muss die da. So, warte mal. Ich muss die Schweine weg. Sonst haben wir ein Problem. Nur, wo stelle ich die denn hin? Wo gehen sie uns nicht auf den Sack? Eigentlich überall, aber wo ist denn jetzt das Haus hin? Alter, du würdest mich verarschen, oder? Jetzt nicht, dass das weggebracht ist. Denn rastig aus. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ganz ruhig, Carbin, ganz, ganz ruhig. Das Haus ist weg. was ist denn das für ein Kack? Das ist nicht gut. Das ist scheiße. Entschuldigung. Das ist großer Moks. Ich habe noch Platz im Inventar und dann ist das weg, oder was? Na, hallo? Ich Ich mal sagen, das schreckt in der Back. Kacke, was kann ich das halt neu machen? Mann. Ich komme damit nicht klar. Ich habe mir das erarbeitet. Ich habe dafür sein Haus aufgebaut. Jetzt ist weg. Du bist schuld. Ich bin zu. Dann muss ich mir das nochmal neu bauen. Jetzt habe ich das falsch gebaut. Ich Idiot. Wo ist das? Das kann ich gerne bauen. Das ist ja hier Roboter. Gut, ich würde mal sagen, das hat sich jetzt erledigt. Alter, kann nicht wahr sein. Weil so kriegt mich keine Trüffel. Was ist denn hier das Schweinehaus? Das ist kacke. Das habe ich das so. Wo sah ich glaube nicht, dass das auslocken was bringen tut, dass ich das wieder bekomme. das ist jetzt schein im Gläster. Also das ist so was darf nicht passieren. Weil du musst ja die Möglichkeit haben, also jetzt habe ich dadurch, dass ich mir das abgebaut habe, mir diese Sache hier verhunzt, oder was? Warte mal, ich speichere mal kurz ab. Gut, ist das beste, wenn was verschwinden tut, abspeichern. Aber ihr kriegt das ja so nicht wieder. So blind kannst du doch ja nicht sein. Das ist hier dieser Verarbeitungsding. Das ist Schrott. ist weg. Ein Gebäude, du nicht bauen kannst, ist einfach mal verschwunden. Aber kriegt das vielleicht von dem Dude Villa? Also kann ich mir so ein Haus noch mal von ihm holen? Weil den ist hier zappend Dusch da. Den bin in liegt das hier. Das ist nicht gut. Das ist gerade ein bisschen frustrierend. Ja, bloß ein bisschen. Weil sonst haben wir ein Problem. Obwohl ich habe jetzt auch nicht gesehen, wo wir jetzt noch Trüffel bräuchten. da ist noch ein Roboter. Tralalala. Tralalala. Hier war kein Baum. Wollte ja gerade mal nachschauen, ob hier noch vielleicht der Innebaum ist, der fehlen tut. Na das ist ja blöd. Hey, gib mir ein neues Gebäude. Meins ist Arsch. Dankeschön, du bist die Rettung. Okay. Halt es auf Nase. Dafür, hier, warte mal. Ich kann sein Zeug hier gießen. Sollte wahrscheinlich ja nicht so sein. Ich tue trotzdem. Oh, Alter, jetzt fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Also richtig, so ist so richtig ich hätte jetzt auch gehört. das wäre dann die letzte Runde gewesen. Jut, äh, ehrlich gesagt, ich habe jetzt nichts gesehen. Äh, also wir haben ja hier noch Trüffel noch da. Also für was waren die Trüffel denn hinten noch gebrauchen können? so, ich kicke gerade, warum nicht hier Holz? Hier ist kein Baum, also außer hier die Bäume. Ach ne, hier ist Müll. Den habe ich weggemacht gehabt, aber nicht eingesammelt gehabt. Schick, wollte gerade sagen, da ist ja noch ein Platz. Hier ist nichts. Null, nada. Kein Baum, nischt. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ist das wirklich ein Back oder Übersägt da irgendetwas wichtig? Und dahinter kann ja nichts sein. Übrigens, wie gesagt, also, wir waren zwar da schon gewesen, aber wir waren noch nicht komplett am Ende der Map, gut, ich komme jetzt dann auch nicht mal dahin. Gut, wir versuchen noch mal andersrum. Hallo, es hat letztes Mal geklappt, also jetzt auch. So, wir hätten nämlich über den Berg runterhüpfen können und dann weiterschauen können. Wir haben ja auch eine Schande zu tun. Die Mayo hatte ich nicht die Mayo eingesackt. Nee, ich habe die Mayo nicht mit genommen. Hätte man nämlich schon mal einen Haken machen können. Oh, Mann. Oder? Doch, das funktioniert. Ich komme doch hier runter. Gut, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich sage... Krass, Alter. da. Naja. Steht ja auch da, zwitter Quartal. Vielleicht fügen sie hier auch Angeln ein. Setzen die hier hin und zack, rin. Weg ist er. Da ist er. Jetzt ist er weg. Da ist er. Jetzt ist er weg. Schön Deuk haben. Bist er fertig? Ja, also. Jetzt habe ich glaube ich wahrscheinlich ein Problem. Dummpelibum. Wie komme ich jetzt zurück? Wie komme ich jetzt hoch? Also hier komme ich nicht durch. Hat so exakt gewesen. Ja, doch, funktioniert doch. Ich sage dir was nichts mehr. Was sowas an je tut. Kann man hier irgendwas sehen? Siehste irgendwas? Karbin? Nee, ich sehe nichts. Ich sehe da einfach nichts. So, und da wo die Stadt angedeutet ist, da war auch kein Baum. Da haben wir letztes Mal auch nachgeschaut. Da war auch nichts mehr. Nichts mehr. Nada, null. Null. Da war bloß Müll. Null. So, hier ist einer verstanden. Das sah so aus. Na gut, dass ich noch anfangs kicken wollte wegen Felder, Aber ich war gerade ein bisschen zu deprimiert. Das hätten sie nicht tun dürfen. Bleiben die Schweine jetzt da bei uns oder sind die jetzt schon aus hier zu holen. Das wisst ihr mich auch nicht. Ich hab den Schnuppen gefunden. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Yes. Yes, weekend. Ich hab alle Questen geschafft. Jetzt stelle ich noch die Sau dahin. Ich hab alle Questen geschafft. Anlebt. Alter. Ich bin so stolz. Noch ein bisschen stolz. Ist das eine Sonderleistung? Alter Falter. Da rennen wir hier sind wir schon zwei dreimal lang gelaufen. ich dran vorbe gelaufen? Ich habe alle Quests geschafft. Alle. Wirklich alle? Ja, alle. So, dann stellen wir noch mal schnell das Häuschen hin. Holen uns die Mayonnaise. Machen die Rezepte? Alter, wo siehst du die Kürbisse her? Verrate mir das mal. Die sind noch da. Ihr kriegt ein Zuhause. Keine Panik auf die Titanic. Ich weiß bloß nicht, wo ich das hinstelle. Da, kann ich das da? Da, hier, da? Äh, wo ist das? Da ist es. nicht. Uiuiuiuiuiui, das war aber, ich kann das ja nirgendwo anders hinstellen. Das ist jetzt kacke. Ich stell das mal wieder. Ich kann das ja nicht mehr da hinstellen, weil ich das da zugestellt habe. Aber da drüben kann ich das hinstellen. ist ja noch nie zugemüllt hier noch. So, hä? Ich kann das nicht mehr setzen. Warum nicht? Warum kann ich das jetzt nicht setzen? Ich reiß das mal schnell ab. Alles? Habe ich genug Platz? Juh, das ist noch. Bitte verschwinde nicht. Juh, das ist auch noch. So, ihr Schweine, ihr müsst mal kurz da weg, sonst kann ich das da nicht hinsetzen. Ihr seid die dummsten Schweine. Aber hier kann ich das hinsetzen. Ist jetzt nicht besser? Hallo? Hallo? Hör dich auf zu drehen, du alte Sau. So. Jut, das ist alle in Ordnung. Alle schnicke. So, ich sollte das Feld mal wieder lassen, bevor die Nacht vorbei ist. Ich habe kein Wasser. Na gut. Wir haben zwar nicht unsere Felder erweitert, aber ich habe die Questen alle erfüllt. Das ist auch nicht das schlechteste. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt von den Waschbären Haus noch mal neu setze. Was ist denn das? Kann man sich so in zwei Arbeiter erschicken? Wer das möglich? Ich weiß es nicht. Ich werde das probieren. So, der war da hinten. Ich wollte mal gucken. Nö, schade. Wäre cool, wir haben die Zwieverspären sammeln. Das wäre Knorke. So, zack, bumms. Die kriegen wir. Das ist fertig. Das ist auch schön. Nee, brauch sie. Dein Schrott kannst behalten. Den will kein Mensch. Also, ich schmeiße hier noch was drin. Vielleicht? Gut, jetzt verbrauche ich die ganzen Kugels. Nein, okay. Wir haben noch ein schade. Ich habe gedacht, ich kann noch ein paar Kartoffeln reinschmeißen. Gut, Leute. Also, wir haben zwar die Felder noch nicht geschafft, aber wir haben den Rest so geschafft. Also, die Questen. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, dass wir das Rezept kaufen. Dann werden wir mal gucken, die Sachen aufwerten. Ich glaube, das wird dann auch die letzte Folge sein. Weil sonst ist noch nicht so viel Content. Aber wir haben ja eigentlich soweit. Also, wir haben das Spiel schon ein bisschen strapaziert. Gut, also, bis zum nächsten Mal. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.